I hate Z Oh Alter Fuck mich nicht ab Ich konnte jetzt nicht fahren Lol What the fuck, Alter? Warum sollte ich da was machen? Oh, und ich bin tot Ja Oh Hey, wo ist er hin? What the fuck? Er ist geflasht, oder? Please, Gib Was kann ich denn jetzt dafür, dass einfach mein Gegner verschwindet? Ins Nichts Ins Nichts, er ist einfach Butz weg Wenn du ihn schmeißt, dann ist er Oh Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot What the fuck, wie viel Leben er dazu bekommen hat What the fuck, wir können hier niemals fighten, auf jeden Fall Was ist das? Gut Schau nach Was ist das? Was ist das? Nein, guck dir's an Nein, guck dir's an Fläsch doch hin, fläsch doch hin Fläsch doch hin So? Genau, und jetzt Fläsch doch hin Fläsch doch hin Fläsch doch hin Eko, ich mach' jetzt deinen Ton kaputt Ach, come on, ich schaff's einfach nicht Meeeeeeen Fuck yeah Hauptsache ich schiehl' jetzt 0,4 Die Ult hätte ich mir für Twitch aufhalten können Ich dachte, der wär' gefield Der war doch grad eben noch mein Willen Der war doch grad eben noch mein Willen Und wie die diven? Ich hab' keine Ultimate No Ultimate Die! Alte, die kommen Oh, ich hab' gleich Ult Dann kill' ich ein mindestens Hä, wo ist mein Willen hin? Hi Twitch Meeeeeeen Huck mich Huck mich Huck mich No! Ori Why? Why? Die! Ich hab' Farben, ich hab' Kills Du hast ein Assist Und du hast You don't have damage items I Have Cleaver Ich hab' mehr Out- Alter, ich mach' mehr Damage mit Out- Ich hab' mehr Out- Alter, ich mach' mehr Damage mit Out- Auto-Checks als der AD Carry von denen Das war eine weitere Folge Wie spielt man Garen? Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder Wenn es heißt Wie zerfickt man Ero- Äh, Echos von hinten? Schöne Schöne Bis zum nächsten Mal.